Das ist hier der Mini-Ace-Man. Den gab es bisher noch gar nicht, aber wie passt er eigentlich genau in das Mini-Portfolio rein? Ich erzähle euch alles darüber. Ich bin der Thomas, das ist Autogefühl. Los geht's mit der Front vom neuen Ace-Man. Sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Countryman, würde ich sagen. Und das bringt uns auch schon auf die richtige Fährte, weil der Ace-Man befindet sich längenmäßig zwischen Countryman und dem kleinen Mini-Cooper. Was genau hat sich Mini dabei gedacht? Es gibt den kleinen Mini, den Mini-Cooper, einmal als Verbrenner, als 3- und 5-Türer und auch als Elektro, als 3-Türer oder als 5-Türer. Das ist sozusagen der 5-Türer kleine Mini auf der Elektro-Seite, nur dass er hier als Mini-Ace-Man so ein bisschen eigenständiger ist. Also 3- und 5-Türer in der Verbrenner-Variante werden relativ ähnlich sein. 3- und 5-Türer elektrisch. Da gibt es einen richtigen Split sozusagen. Und da hast du dann hier 4,07 Meter, also ein bisschen länger auch. Hier sieht der Crossover-Look, 17 bis 19 Zoll Felgen. Sieht wirklich aus wie ein kleines SUV, oder was meint ihr? Hier vorne die Lichter übrigens. Du kannst aber drei verschiedene Tagfahrlicht-Signaturen wählen. Einfach mit dem Infotainment-System und dann ändert es sich außen, vorne und auch hinten. Kann ich euch gleich auch zeigen. Dieser Trim hier heißt Favoured. Also ein bisschen so wie Favorit. Es gibt aber verschiedene Varianten. Und hier zum Beispiel habe ich das Kontrastdach in schwarz und auch die Spiegelkappen in schwarz. Das kannst du aber relativ gut individualisieren, auch später. Hier kann ich das Fahrzeug aufladen. AC 11 Kilowatt oder 75 Kilowatt DC oder 95 Kilowatt DC, wenn ich die größere Batterie habe. Batterieinhalt nutzbar. 38,5 Kilowattstunden für die kleine Batterie. 49 Kilowattstunden nutzbar für die größere Batterie. Das sind alles die Netto-Werte. Meist werdet ihr da draußen die Brutto-Werte lesen, damit ihr dann den Unterschied verstehen könnt. Es geht halt um den nutzbaren Energiegehalt dafür. Mit der großen Batterie, die halt hier in dem S dann drin ist, wird man vermutlich so ungefähr 300 Kilometer weit kommen. Aber das können wir bei einem Fahrpaar dann später noch nachliefern, was da wirklich bei herauskommt. Diese Batteriewerte sind übrigens mehr oder minder gleich hier zu dem kleinen gelben Freund da hinten. Das ist der Mini Cooper, der Dreitüre, auch die elektrische Variante. Die teilen sich natürlich viele Teile. Sie sind tatsächlich verwandt, obwohl natürlich einige Sachen dann auch wieder unterschiedlich sind. Aber die sind tatsächlich technisch sehr verwandt, genauso wie dann Drei- und Fünftüre auf der Benzinerseite sich sehr ähneln werden. Die werden aber tatsächlich ähnlicher untereinander, als die es sind, weil der hier schon nochmal ein Stück größer ist als der kleine Mini Cooper. S bedeutet, das ist die größere Batterie und dann ist er auch noch ein bisschen schneller und hat eine höhere Endgeschwindigkeit, 170 Kilowattstunden sind ja die Batterien. 170 kmh, 160 kmh wäre es bei der normalen Variante. Die heißen dann Aceman E und Aceman SE. Und die sind dann auch geknüpft. Der Aceman E hat die kleine Batterie, der SE hat die größere Batterie und der beschleunigt auch ein bisschen schneller, sind dann 7,1 Sekunden anstatt 7,9 Sekunden. Frank hat er leider nicht. Er hat natürlich vorne hier einen sehr kurzen Überhang, also so viel Platz ist nicht. Tja, der Mini hat einen Maxi-Schlüssel, würde ich jetzt mal sagen, aber ist echt ganz cool. Hier, ihr kennt das vielleicht von BMW, da klickt man hier ins Logo und das ist auch beim Mini auch so. Klickt man hier ins Logo und schließt sich der Wagen ab. Hier öffnet er sich oder auch hier mit Keyless Entry hältst du die Hand da dran oder unten drunter. Und das ist eigentlich ganz cool. Die sind hier also integriert, aber du hast trotzdem hier ein richtiges haptisches Feedback. Das fühlt sich ganz gut an. Die Tür klingt ganz gut vorne, aber witzigerweise hinten ist das Schließgeräusch cooler. Und in der Regel ist das meistens andersrum, dass es sich hinten nicht so gut anhört, aber vorne besser. Aber hier ist es irgendwie andersrum. Witzig, oder? Innenseiten der Türen. Hier hat man einen blauen Stoff in diesem Favored-Trim. Das ist allerdings hart. Kannst natürlich auch andere Farbwelten nehmen. Ich finde das Blaue eigentlich ziemlich geil, aber dann nicht zum roten Exterieur. Die Kombination ist hier nicht so glücklich. Aber wenn ihr jetzt überlegt, wenn das jetzt hier extra blau oder weiß wäre und dann der blaue Interieur, das wäre echt cool. Dann habe ich hier, so mache ich die Türen von innen auf. Hallo, ich bin die Tür. Hier halte ich die Tür fest und ziehe sie dann zu. Und ich habe mir jetzt schon überlegt, so an was erinnert euch das? Ja, da kommen natürlich einmal die schlüpfrigen Gedanken vielleicht. Oder aber auch vielleicht Gaming-Joystick-mäßig oder sowas. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall sehr eigenwillig. Lassen wir es mal so stehen. Dann das Lenkrad hier. Das ist ziemlich cool in diesem speziellen Ausstattungslevel. Vom Design aus dem Kofferbereich inspiriert. Das ist alles auch tierfrei, sowohl das Lenkrad als auch die Sitze. Das ist nachhaltiger, tierfreundlicher und so weiter und so fort. Und ist von der Qualität und von der Haltbarkeit genauso gut oder auch besser. Ich bin ja 1,89 und da schauen wir mir mal ein bisschen was an Kopffreiheit über. Das Lenkrad kannst du mal einstellen. Rein, raus, hoch, runter. Das geht nicht besonders hoch. Das heißt, ich muss es immer weit raus machen, weil es dann auch am höchsten ist gleichzeitig. Hier auch wieder diese blaue Stoffauskleidung. Das ist natürlich cooler, als wenn du einfach nur schwarzes Hartplastik hast. Das ist hier das Head-Up-Display. Das fährt auf einer separaten Scheibe hoch. Jetzt könntest du natürlich sagen, ja Moment, das ist ja alles nur Kosteneinsparung. Was soll der Müll? Das hat aber beim Mini halt den Grund, weil die das nicht anders hinbekommen von der Krümmung der Scheibe, weil die Scheibe so aufrecht steht. Das heißt, wenn der Mini jetzt anders aussehen würde und die Scheibe flacher wäre wie bei einem Sportwagen, dann hätte man auch ein echtes Head-Up-Display machen können. Das war dann so eine Abwägungssache, was man eigentlich will. Aber die sitze echt bequem und ich finde das richtig cool, dass ich hier noch echte Knöpfe am Lenker habe. Hier für die Cruise Control, also die adaptiven Timomaten hier auf der linken Seite, rechtsseite für die Lautstärke zum Beispiel. Also noch ist nicht alles in den Screen gewandert. Schauen wir uns hier das Cockpit an. Dann mehr Stoffauskleidung hier und das scheint hier in der zweiten Farbe so durch. Andere Farbwelten sind verfügbar. Es gibt sogar einen John Cooper Works Trim, also eine Ausstattungslinie. Das ist dann halt nicht die Performance-Version in dem Sinne von der Motorleistung und so weiter, aber vom Externeur-Design. Du kriegst Stoffsitze, du kriegst eine Mischung aus Stoff und Kunstleder und das ist halt hier das komplette Kunstleder, in dem Fall dann in Blau. Also Kindersitze übrigens, Isofix hier vorne einmal auf dem Beifahrersitz. Ein Top-Tether ist unten dahinter auch nochmal. Für hinten schauen wir uns das gleich nochmal an. Ansonsten hast du hier vorne, also wenn du wirklich von den äußeren Rändern gehst, dann ist es 10 Zoll. Die inneren sind 9, irgendwas Zoll, also von der Größe. Rundes OLED-Display, das ist wirklich einzigartig. Und die Klima-Einerheit, da muss ich einmal klicken und dann kann ich hier swipen oder klicken. Da habe ich mir nicht auch schon gesagt, es wäre einfacher, wenn du einfach den Finger ansetzt und dann sofort hoch und runter swipen könntest. Lenkertheizung und Sitzheizung bedienst du direkt hier, relativ einfach gehalten. Der ist so glasklar, der Screen, das ist schon echt cool gemacht von der Visualisierung. Dann hast du hier unten diese Switches. Einmal hier voran aus, das ist die Gangwahl, rückwärts, vorwärts, Lautstärke, immer noch manuell. Und diese Experience-Modes, dann ändert sich alles im Design. Hier habe ich zum Beispiel jetzt diesen Go-Kart-Modus, ja mit diesem nervigen Sound, den kannst du aber auch ausstellen. Oder, was auch ganz interessant ist, hier dieser Timeless-Modus. Das ist also das zeitlose Design, mehr mit Retro-Elementen. Und wenn ich das Auto wirklich anmache, dann scheint da oben auch nochmal die digitale Geschwindigkeitsanzeige. Unten in der Mittelkonsole, induktives Ladefeld und hier ist so ein Belüftungsschlitz, damit das Handy nicht zu heiß wird. Das ist ganz cool. Und zwei USB-C-Lader. Die Becherhalter sind nicht adaptiv, da könnten Flaschen rumfliegen auch trotzdem noch. Dann haben wir hier wieder dieses, ja, diese Inspiration aus dem Kofferdesign. Das kann man jetzt hochziehen, ein bisschen mehr Platz unten drunter, auch mit dieser Gummiauskleidung. Dann haben wir hier diese Armlehne noch, die ist auch relativ weich gepolstert. Das ist für den Fahrer, das ist dann hier für den Ellbogen, damit man so richtig cool cruisen kann. Das Panoramadach ist richtig weit, große Öffnung, also das ist cool. Aber man kann es nicht komplett öffnen, es ist in, ich lasse Luft rein. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann es hier zuschieben, das ist natürlich cool, weil wir haben so viele Elektroautos mittlerweile auf dem Markt, die ein fixes Panoramadach haben. Und dann wird es so ultra heiß im Sommer. Und das ist aber ganz cool, hier kann es sich echt zumachen, damit ich so ein bisschen Sonnenlicht auch noch wirklich mechanisch ausblenden kann. Jetzt wird es mal richtig interessant, die Rücksitze und hier die innen seiten Türen hinten, auch wenn wir mit dieser schönen Stoffauskleidung, dann mit dem, ja, interessanten Design-Element hier. Und dann habe ich mich gefragt, wie viel Platz haben wir denn hier eigentlich? Und wenn ich fahre als großer Fahrer, kann ich mich mit den Beinen da echt noch hintersetzen. Also für vier große Erwachsene funktioniert das wirklich. Kopffreiheit, schauen wir mal, also hier, wenn man die Kopfstütze hier hochfährt, die ist ein bisschen, ja, jetzt geht sie. So, das geht auch, ich bin da 1,89, das funktioniert auch hier. Also vier große Erwachsene passen hier rein, für die Länge ist das erstaunlich. Der hat sogar eine Zulassung hier für den fünften Sitzplatz. Ja, notfalls geht das auch, dann wird es natürlich schon sehr eng, aber vier Erwachsene sind echt kein Problem. Dann haben wir hier in der Mittelkonsole übrigens noch einen Becherhalter und auch nochmal zwei USB-C-Lader. Das ist natürlich wichtig für die Kids zum Beispiel. Und wenn wir schon mal von den Kindern sprechen, wir haben einmal, habe ich gesagt, Isofix und Top-Tether am Beifahrersitz. Und dann haben wir nochmal Isofix hier und auch gute Lösung, das Teil fliegt nicht einfach rum, das kann ich aufklappen und dann später wieder zuklappen. Und Isofix gibt es hier außen jeweils. Und auf den Rückseiten hier, wenn wir sitzen, habe ich auch nochmal Top-Tethers und zwar drei Stück, also eins, zwei, drei. Schauen wir uns mal den Kofferraum an. 300 bis 1000 Liter. Das beginnt ganz interessant hier. Wir sehen hier oben so eine Struktur in dem Plastik hier. Das ist jetzt einfach nur Design. Aber wir finden genau diese Struktur hier auf der Oberseite dieser Abdeckung. Das ist ganz interessant. Es fühlt sich gut an, sieht eigentlich auch cool aus. Das ist aber eine Geräuschstimmungsmaßnahme. Das heißt, dann kommen weniger Geräusche unten von dem Bereich in den Fahrgastraum. Insgesamt dann leiser mal fahren. Ganz interessant eigentlich. Die Breit hier ungefähr 95 Zentimeter, also nicht zu viel. Und die Länge, das ist natürlich auch relativ knapp, ist ein kleines Auto, ungefähr 60 Zentimeter. Aber wir können es hier noch ein bisschen mehr Platz schaffen. Wenn wir den Koffer rauspacken, können wir das hier entlang komplett rausnehmen. Wir sehen, wir haben ein bisschen Platz für ein Kabel auch noch. Links ist es der Subwoofer dann, wenn du das Soundsystem hat, hast. So, und wir können auch diese untere Position dann nehmen. So, ja, genau. Und dann haben wir auch insgesamt ein bisschen mehr Höhe. Und dann kann ich hier noch rübergreifen. So, ein Drittel, zwei Drittel. Und dann kannst du auch noch Sachen durchladen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was soll das denn jetzt? Stellt der Thomas jetzt noch Kunstwerke oder irgendwie sowas hier vor in den Videos? Das könnte man tatsächlich hier als Kunstwerk verstehen. Hat aber auch was mit dem Auto zu tun. Und jetzt will ich mal von dir wissen, hättest du es erkannt, was da drin ist? Weißt du jetzt schon, was da drin ist? Und was es mit dem Auto zu tun hat? Pack das mal in einen Kommentar. Ich hätte es nicht gewusst. Also, wenn ich es jetzt mal von außen anschaue. Pass mal auf. Really? Das ist hier die versteckte Wallbox. Und das ist echt alles richtig solide. Mega schwer. Eine interessante Lösung, wie du halt eine Wallbox so verstecken kannst. Auf eine künstlerische Art und Weise. Fürs Aufladen. Aber wenn ich jetzt jeden Tag mein Auto aufladen müsste, hätte ich darauf, glaube ich, keinen Bock. Dann würde ich es, glaube ich, eher offen lassen. Aber guck mal hier. Wenn es jetzt offen ist, sieht es eigentlich hässlicher aus, als wenn es einfach nur so hängen würde. Und dann, ach, das wieder zuzumachen. Nein, ich glaube, dann würde ich das Teil einfach so irgendwo hinhängen. Bei mir zu Hause in der Tiefgarage. Mich hat es übrigens sechs Jahre gebraucht, bis ich die Wallbox hängen hatte. Die Rechtslage war früher halt anders. Und dann gab es, ja, Elektromobilität ist Teufelszeug und sowas. Also, schwieriges Thema. Mittlerweile ist die Rechtslage in Deutschland ein bisschen besser, dass du auch als Mieter selbst ein Anrecht hast, eine Wallbox zu installieren zu Hause. Du musst trotzdem noch durch die Abstimmung in der Eigentümerversammlung. Deswegen, ja, es ist zumindest deutlich einfacher geworden. Aber Wallbox, wohin habe ich überhaupt die Möglichkeit, eine Wallbox aufzuhängen? Habe ich eine Einfamilienhaus oder eine Tiefgarage? Das schränkt natürlich diesen Use Case schon mal deutlich ein. Das ist natürlich eines der Probleme noch der Elektromobilität. Die Einstiegspreise ohne Extras haben wir auch schon für euch. 35.000 Euro für die kleine Batterie. 39.000 Euro für die große Batterie. Wobei mittlerweile mehr Extras schon quasi mit drin sind. Das ist nicht mehr ganz so krass wie früher, wo du drei Jahre lang konfiguriert hast. Das ist ein bisschen einfacher geworden jetzt definitiv. Übrigens, wenn wir hier den kleinen Mini vergleichen, den kleinen Dreitürer, die elektrische Variante. Den sehen wir hinten. Dann gelb nochmal. Ist 2.000 Euro mehr, ist der Ace Man jetzt hier teurer jeweils als der kleine Mini Cooper. Und dafür kriegt man aber schon deutlich mehr Auto. Natürlich auch die fünf Türen. Ich finde, das macht schon insgesamt Sinn. Und wenn ihr euch jetzt fragt, soll ich vielleicht doch den kleinen Mini Cooper nehmen? Oder doch den großen Mini Countryman? Auf unserem internationalen Kanal haben wir die Reviews da für euch. Und später natürlich dann auch schauen wir zu, dass wir mehr und mehr Filme dann auch hier für euch auf Deutsch machen.